servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test den bengalo s20 und zwar den bengalo s20 mix heißt es hier was da jetzt tatsächlich gemixt ist wir schauen einfach mal von agentu ist das ganze beziehungsweise funke wir haben hier eine nem von 60 gramm 10 stück enthalten das heißt 6 gramm pro bengalo zwei kubikmeter raummenge 20 prozent leuchtkraft effekt dauert sogar 60 sekunden also eine ganze menge wir schauen mal kurz noch mal rein hier in die schachtel wie solche teile sind es also richtig ich muss sagen ich habe so fast was anderen gerechnet ein paar stück sind ja auf jeden fall drin also zehn stück insgesamt ich bin gespannt wir schauen einfach mal legen direkt los denn gar nur s20 im mix von agentu auf geht's so jetzt es 20 bengalo mit dem mix mga mix wir haben es jetzt mal genauer angeschaut das sind nämlich auch farbpunkte drauf das habe ich vorher gar nicht gesehen das heißt wir haben effektiv jetzt quasi die klassischen farben blau gelb und lila aufgrund der länge von 60 sekunden was draufsteht werden wir jetzt trotzdem alle der reihe nach nebeneinander sind natürlich also der reihe nach nebeneinander nicht jetzt hintereinander weil sonst wisst ihr wer lang das video wieder geht fünf minuten wert schon ein bisschen ja die haben ja keinen großen effekt eben wir haben nämlich gerade schon hier wie ihr seht die anderen getestet die blau zu silber waren schön was meinst du gut es jetzt ausschauen wird das wird super ausschauen soll ich einfach durchzünden oder fängst du auch mehr aber ich muss sagen das gefällt mir besser als die blau zu silber was wir gerade hatten fand ich so ein bisschen definitiv das ist wirklich ein bisschen hellere farben und auch kräftiger wirklich aber die haben jetzt gar keine verwandlung ne die müsste jetzt gar keine verwandlung haben richtig cool hat was der grüner ist ein bisschen der hat jetzt ein wenig nachgegeben der blau ist auch so ein bisschen hellblau silber die lila ist auch nicht so kräftig aber schön sind sie trotzdem absolut ja eine minute lang bunte fontänen kaum rauch doch also das ist eine schöne sache schöne sache ja die 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 Bis zum nächsten Mal.